Hallo, ich bin Marie von den Bänken und ich bin Model, Autorin und Influencerin. Und was bewegt dich momentan? Mich bewegt, dass die Welt sehr kalt und egoistisch geworden ist. Mitgefühl und Nächstenliebe scheinen ein wenig verloren gegangen zu sein. Und ja, ich finde, wir sollten uns viel mehr um unsere Mitmenschen kümmern, aber auch um die anderen Lebewesen auf dieser Welt und um die Umwelt. Und darum gehe ich wählen. Und was wählst du? Ich wähle Empathie.